Musik Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwanzhalte TV, ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Schluchsee Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, den 3. Januar 2020, am Schluchsee. Der 41-jährige Fahrzeuglenker eines Ford K befuhr nach Mitteilung der Polizei um 18 Uhr die B500 von Schluchsee herkommend in Richtung AHA. In einer Linkskurve kollidiert er aus bislang unbekannter Ursache mit der Leitplanke auf der rechten Seite, wird abgewiesen und kommt so frontal in den Gegenverkehr, wo er auf den entgegenkommenden Vito einer Schweizer Familie prallt. Der Unfallverursacher wird lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen werden. Die 5 Familienmitglieder in dem Schweizer Fahrzeug werden ebenfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser zur Versorgung eingeliefert. Während der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge war die B500 bis 21 Uhr vollgesperrt. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Hier erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisker Hochschwarzwald, Emmendingen, der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und auch aus dem Regierungsbezug Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und Tschüss. Danke, dass du dabei seid. Gut, weg bin ich. Danke, dass du dabei seid.